Geil Schöne Mitfahrt in einem Erosbus Crossway Lower Entry Achso AUD Y 220 Fahre Stern ist das letzte Romantum auf meiner Seite Ihr habt doch den einen wie auch da Der mit dem langen Donnenbringel Ja Der ist ausgeworfen Und dann habt ihr noch den anderen Björn Keine Ahnung, da war letztes Mal ich jetzt ja Björn krank Ja dann war das Aber wir haben doch einen R-Moi, einen S-Moi und einen Strass Ja Oh Gott Weißt du, wen ich meine? Raphael? Ja Simon? Ja Und das Ja Das sind die drei von der Kampsche Geil Ja Ja Boah Ja 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 Scheide Das sind die Scheide Das ist echt Nur weil du leidest auf dein Bruder bist Ja ich leidest auf dem Bruder, die will ich gar nicht genau machen Ja 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 Das ist dein Fall, wo machst du von der Müll haltet? Nee. Alles dein Kaliber. Aufschluss, um sie da mal gewünscht. Andere Länder, andere sind. Ähnliches Länderland, die Prinzessin auf der Ecke. Gefängnis hat angekackt. Helikopter mit 2, der im Ketzkreis gefängnis hat. Danke. Nächster Halt. Helm-Rechts, Hofestraße. Leipzig. Die sind da. Die sind da. Die sind da. Oh, jetzt perfekt. Ich hab gesagt, Oma, ich echte dich machen. Sie hat gesagt, sie werden uns in die Lebenskornotrippe. Dann werden wir die abverkundigen. Die sind auf dem 8. Oh. Das ist richtig. Oh mein Gott. Das war wohl, dass wir zumindest die Niederlage entfernen sollten. Das ist schon Hunting. Oh mein Gott. Ich bin bei dieser Sächze. Das ist's alles. Sie waren ein, das ist zu her. Ich bin bei dieser Säge. Wenn du noch bist in Sandburg. Wann hast du Geburtstag? Weiter 19. Februar. 19. Februar, dann heißt es, dieses Jahr nicht mehr Geburtstag. Dieses Schuljahr ist ja klar, dass du noch besser hast. Ja, du bist zwei Jahre zum Schuljahr gezogen, oder? Dann? Du musst es sagen, wenn es ja ein Schuljahr war normal. Ja, moin Thomas, holst du uns jetzt gerade um über das Buscarswello Entry. Von irgendeinem Beratungsunternehmer. Kannst uns ja alle unter den Tisch saufen, so wie das große man sich überhaupt mit der Schule macht. Was machst du mal nach der Schule? Nächsten, Alter, wer will brauern, wenn es ja... Wasser heißt da, dann kriege ich alles im Sonsten. Oh, ja. Ist das schon mal so relevant? Vielleicht kriegst du eine Waldfeste jetzt, oder? Nicht mit meiner Mutter. Da ich da austrage, geht da alles im Sonsten. Vielleicht krieg ich das ja zwar sehr nach... Du verkaufst deine Mutter für OP, oder? Ja. Ja, ja. Ja, genau. Ich verkauf halt immer vielleicht für OP. Weil ich verkauf's für deine Mutter. Kleine Herbkette, oder? Du verkaufst deine Mutter natürlich nicht für OP, oder? Das ist ja immer Mauer oder OP. Zwei Euro kostet, oder? Also, sie gibt nur zwei Euro. Ich glaube, du wechselst da meine Mutter mit deiner. Nee, das ist meine... Aber selbst dann hast du nicht immer noch geschnitten, weil deine Mutter kostet 51. Außer am Sonntag, da kostet die zwei Euro. Hast du nicht? Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Tag um 6 Personen. Das ist ja das Mutter. Weißt du, welchen Punkt an der Tankstelle hier am Eben ist? Weißt du, mit PaySafe, ne? Dann musst du mindestens 18 oder 15. Nee, wenn du dir an der Tankstelle PaySafe holen willst, dann musst du da 18 oder 16 sein. Ich weiß, egal. Ich wollte PaySafe machen. Wolltest du dir selbst, hast du dir ja schon was geholt? Ich wollte PaySafe. P-Safe. Auf Deutsch. Nächster halt. Volkmannsgrün. Dann an die Tankstelle gehen, um Benzin zu kaufen, Kippen zu kaufen, und nachholen, online. Oder meins niggas. Oder meins niggas. Kann ich mir mal backen? Ja. Ich fährst auch zur Tankstelle nur den Snickersoft rein. Ich hab natürlich aus meiner Tankstelle gekauft, aber wahrscheinlich wenn sie dir irgendwann einmal los und die Häufung vorbeigelaufen. Ha. Ich hab schon zwei Jahre gekauft. Ja. Ja. Ja, Ich hab's nicht nur was die Hände gehört. Ich hab's nicht nur aber echt die Hände. Nein, 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 nein. Hast du diese Hände gehört? Ja. Einmal, ja. Ich hab's noch an der Lotterin, das ist auch voll entschieden. Ja, ich hab's gerne in den 10er-Pässe. Ja, und gut. Wir haben immer eine Schlucht in der Tankstelle. Wir waren damals in der Nähe. Hast du dich angeschaut? Hast du dich zu den Besen gekauft? Ich bin schon mal ein Schluch. Ja, ich selber so. Was ist die Schlucht? Aber kriegst du, weil da fangst du nicht an. Ich kaufe nur noch keinen Schluch. Ich schweige den zu mir. Und die brauchst du? Ja. Ein Schluch. Aber zumal, wenn du drauf bist. Zumal, wenn du drauf bist. Zumal, wenn du los bist. Dann durchziehen in der Tankstelle. Wenn du seine Nase bekommst. Doch, weil die etwa die Nase geführt werden. Ja, und wenn wir öfters die Nase sammeln. Ja, ja. Soll ich den Sommer an der Tankstelle nase geführt? Ja. Ich kann es nicht kennen. Und es war dieser Maul. Ja. 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 Ja, ja. 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 Katharina Hendricks gibt's für nix. Das ist Türk. Das ist Nico. Das ist ähm... Großstadt. Weißt du, wo die Eisoase ist? So ein Kugelbrunnen. Ja. Wer von der Eisoase steht. Ist ja ähm... Rechts daneben gibt's ja so die Kreuzung. Aufgrund. Da ist die Straße runter. Genau in der Straße ist die da drin. Auf der rechten Straße. Das ist die Gegend. Du warst schon? Ich fahre zum Beispiel oder so. Ja, dann geht's da jetzt rein. Hast du die Fähigkeit? Wie wollte man heute? Ja, natürlich. Wann? Das will wie's geht. Was ist die Zeit? Ja. Also heute den ganzen Tag. Dann kommen Hausaufgaben auf. Das macht er jetzt bestimmt endlich. Englisch. Englisch kommen wir auf. Deutsch, ja. Faktisch. Was wird unser... Spoken. Morgen Deutsch. Schreiben. Sie. Schreiben. Warte. Warte. 2 Stunden später. H.E.U.R.T. Feier. Sind wir schon so gut? Nein, nein. Ausreden. Ausreden. Eine frühe Religion und eine Sechstin. Ja, das steht da drin. Was ist aber nicht so? Das ist gut. Es ist fantastisch. Keine Ahnung was heute zeigte ihr. Nein. Aber es ist heute noch bei den Tzocken. Keine Ahnung. Jetzt haben wir zwei Pyram. Gestern hatte ich... Gestern hatte ich... ...zwar volles Internet, aber auch so gut zeigen, ich konnte nicht voll Leute mitreden. Wir müssen... Was ganz wichtig ist? Oh, mein Vater hat mir meine Tasse zurück. Oh. Dann musst du LOL nehmen, oder? Hör mal aus, weißt du? Das ist verdammt schwer. Weg gibt's da ein. Aber es geht. Man kann eine virtuelle Tastatur machen. Also, dass du dann... Wieder raus aufklickst. Genera. Das ist super geil. Das ist eine krasse Gamer-Taste. Ja, da kannst du deine Fähigkeiten auch so im Leben testen. Aber oh, scheiß. Das war einfach, dass ich LOL angefangen abgespielt habe. Da hatte ich das mit der ersten Kombination mit einer. Ja, ich hab das aber auch so gemacht. Du musst so viel Fähigkeiten, und die musst du direkt schnell setzen. Und dann hab ich nur noch so höchst. Genau. Und ich konnte es nicht so. Ich hab mit der Maus noch auf die Fähigkeiten gekriegt. Ich hoffe. Ich bin schon. Ich hab halt die drei Fingern. Die meisten liegen immer so drauf. Ich weiß doch, wer ist die. 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 Die meisten Steuermeyer so mehr stehen. In der Erde macht's jetzt noch. Aber ich hab's früher auch so gemacht. Ich hab halt die drei Fingern. Ich hab halt die drei Fingern. Und für die Ulti. Und für die Ulti. Ich hab halt die drei Fingern. Nicht umzugewöhnen, aber es ist schwer. Du musst für jeden Champion neu sein. Ich hab auch noch nicht schön. Aber. Weil du musst dich ja so spielen. Ähm. Unser Ziel ist es heute. Mein Ziel. Auf jeden Fall weit. Ähm. Der Erik, der fällt ein bisschen auf. Ich hab ja auch ein paar Champions-Märzte. Erik. Ich hab ja so eine Saute bei dir. Ja und. Du hast jetzt gemerkt. Ja schön. Ich hab's mir schon gedacht. Das ist doch schön. Scheiße. Scheiße. Das ist mir eh. Wow. Der Driver ist mir so ein Fahrtisch. eine Runde. Sie richten bekam denn den großen Silberhaus buss. Eingren in Schlauerei. Die verehren sich ja wie die fliegen. Die kleine Plagegeistung. Sogar. Okay. Shit. Shit. Es ist bald, bald ist gut. Tunnel an Zorn. 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 Tunnel an Zorn.